Hallo, ich bin jetzt wieder in meiner Wohnung und sie ist jetzt fertig eingerichtet und ich wollte sie euch jetzt zeigen, wie es ausschaut. So, wir sind hier im Eingang. So, das ist sozusagen, wo man die Jacken hinhängen kann, die Schuhe. Hier ist noch die Toilette mit Teppich und allem, schön. Hier geht es dann weiter ins Badezimmer. So, wir haben auch einen Duschvorhang, natürlich. Und hier Teppich. Alles komplett eingerichtet. So, dann geht es hier weiter in die Küche mit unserem Esstisch und die Rollos. Ich habe sie endlich geschafft, auch zu hängen nach zwei Jahren. Hier in die Küche. Herd, eine Pflanze. Tüelschrank ist auch schon was drin. Und hier natürlich Xangolo. Gut präsentiert. Wein ist auch dabei. Hier, das ist unser Schmuckstück, das haben wir gekauft im Ikea. Ein Expedit. Dann geht es hier so rum zu unserem Fernsehplatz. Tun wir dann immer fernschauen. Und hier hinten, wenn man das jetzt so dreht, sind unsere ganzen DVDs. Und hier ist jetzt im Moment noch die Matratze, wo der Toni und die Nathalie geschlafen haben. Hier kommt aber dann noch ein schöner Esstisch hin. Das bekommen wir dann erst noch von den Eltern von Simon. Und hier geht es noch rein ins Zimmer, ins Schlafzimmer. Hier ist mein Schrank und mein Bereich. Und da ist Simons Schrank. Sein Arbeitsplatz, damit er auch schön Spanisch lernt. Unser Bett, wo wir schlafen. Und hier nochmal ein Fernseher. Damit wir auch im Zimmer fernsehen. Wir können mit einem Spiegel auch an der Wand. Und hier geht es wieder zurück ins Wohnzimmer. Und hier geht es wieder raus. Zum Eingang mit unseren Jacken. So, die Wohnung ist jetzt fertig eingerichtet. Und wir wohnen hier und wir genießen es. Und ich hoffe, es hat euch aufgefallen. Und ja, bis bald.